Wie viele sind da jetzt? Jetzt sind da auf einmal zwei Leute bei mir Da ist der jetzt auf einmal Da gibt es ihn eins mit dem Hammer Da gibt es ihn eins mit dem Hammer Oh mein Gott Oh Wenn wir jetzt gleich noch die Karten sammeln Sind wir uns wieder holen Da ist einer Ne sind beide sind da Sind schon die letzten Das ist der letzte Episch 20 kills Ist ja gar nichts für dich Also Kevin Du hast weniger kills als Mark Die ganze Runde lang gemacht Selbst gegen die echten Gegner Was ist da los? Läuft halt Er muss sich jetzt eins spielen Ja Da hinten ist auch noch zwei Oder einer Oder einer Oha Feuer Ne der bekommt jetzt eine Ja Ja okay Ich werde an Angefackelt Oh du fucker Oh Ich mag sie wieder nicht Ich mag sie wieder nicht Dreh zwar die Heizung auf Am angefackelt werden Mag sie nicht Ne Sehr lustig Ich kann sie aber auch nie recht machen Ich kann sie aber auch nie recht machen Und ich sprecke da mal einer runter Weil der hinten Und die Hüge Das liegt hier vorne Oh das war cool Dann musst du treffen Ne sonst würdest du ja treffen Das ist so wie ich versuche morgen vormals zu kommen Boah Jetzt kannst du ja runterführen Ja Juuu Hab einen Eber Ach Nee Da sind ganz viele Fights da vorne Hier sind die Abys wenn jemand will Ich mach mal mein Marco weg Der Fawn ist immer nicht Fights Fights Wir haben auch keine habt ihr alle? Jaja. Okay. Oh Gott, aber meine Kombos schluckt ganz schön viel Pump-Munition. Ich hab ne Lila, ne Donnerschrot und ein Ex-Kali-Gewehr. Gewehr. Schluckt ganz schön viel. Oh mein Gott, als ob das schon alle waren. Ja, ich hab mir auch grad gedacht. Das war ja mal ne easy-Runde. Ja. Und damit kommt das Besser-Tritch-Video demnächst. Der eine hatte 27 kills. Mach bereit. Lagerfeuer können das. Das weiß ich nicht. Da hat jemand auf mich geschossen. Schon wieder. Von oben, von oben. Ist es nur vier Leute dahinter? da ist ein auf dem Luftballon da oben ein Hit da oben ich treffe nicht, der ist zu weit oben ich kann auch nicht treffen ähm, der schießt der ist erledigt das Problem hat sich erledigt ich vergesse immer, dass wir 0 Bauen haben und wenn wir da mit dem Bauen-Modus spielen, vergesse ich, dass ich bauen kann oh der Kack oh das war mein oh das war mach verkehrt 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 wir müssen das Auto kaputt schießen das ist fast verbutt welches? diese LKW ja jawoll jawoll wir waren schon gefahren zweimal hinteinander sauber ich wollte grad schießen ach da ist das ja explodiert das Auto ja ich hab's kaputt gemacht gleich war in einer Halloween wir können mal gucken Oh, cool. Das war's für heute. Das war's für heute. Das könnte ja noch ein Sieg werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Gut.